Ich habe schon berichtet, er hat schon Antennen abgebaut und so weiter, bereidet er rück die Rückfahrt vor. Dienstag 0 in aller Frühe, es hängt im Schacht, da sitzen sie im Auto. Ja klar, in der Auto. Und dann Dienstag, nachmittags sind die da da. So, jetzt habe ich gewünscht, die Absicht mal etwas an dem PA-Setting zu ordnen. Ich habe das PA-Setting um 5 dB verändert. Das haben wir jetzt auch getan. 2, 3, 4, 5, Digger 5 dB jetzt mit anderem PA-Setting. 3, 4, 5, Digger 5 dB. Macht sich das in irgendeiner Form bei irgendwelchen Themen negativ bemerkbar? Eine Ahnung, das PA-Setting, also ein PA-Setting ist live, meinst du? Na klar, ich habe das PA-Setting 5 dB rausgenommen. Es gibt natürlich dann hier ein bisschen andere Zahlen. Ja, ich denke mal, also, dann geht es 5,5 dB hoch, da gehe ich mal von raus, ja. Ja, aber ohne negative Folgen, das war so die Frage. Sag mal, ich nehme an, dass es scheinbar negative Folgen gibt oder noch. Gibt es was? Nein, nein, das nicht, nur die Modulation. Für mich, das ist eine Modulation mit der ganz normalen Lichtige Funke. Also, wenn, musste das Miking noch ein bisschen zurücknehmen. Das ist schon übersteuert. Für ganz bestimmte Anwendungen ist das vielleicht gewollt, aber die gibt es selten. Ja, habe ich gemacht. Ich habe auch noch einen Punkt zurückgeraumt, die Meikeln. Hat sich das irgendwie bemerkbar gemacht? Ja, ich würde noch einen zurücknehmen. Ich denke mal, da bist du immer noch gut ausgesteuert. Weil, ich glaube mal, das darf ja auch noch nicht verzerrt wirken, ne. Das wird dann schon verzerrt. Ja, nein, nein, verzerrt. Da habe ich da keine Interesse dran. Da sind jetzt 2 dB weniger Mic-Games. Das hat auf den Output keinen Einfluss. Die sind wirklich fissig. Nee, 50 Euro malen, Johannes. Alter, das war nicht die Frage. Die hochgefahr in der Qualität. Ne, das könnte so ein bisschen rausgehen wollen, das ist klar. Der AI eigentlich nicht so, wie Arno sagt es. Kann doch einen Schlamm zurück. Ja. Ja. Nochmal 2 dB, aber... Ich höre nur, ne. Wir haben dieses AFD kommt, da kommt es nicht 100%ig drauf verlassen. Ja, ich höre nur, ich bin nicht. Aber ich höre nur. Ich höre nur. Ja, AFD kommt, ne, sobald der ausmacht, hast du im Blick volle Ausgangsweite, ne. Wenn du da drüber gehst, kann man das machen. Aber ich höre mal ab 3, also ab 3, nehm die dann eine Ausgangsweite. Ja, ok. Also, nach AFD kommt der Miet-Digitalanschau, Also kann ich dann noch alles zurück hören? Naja, genau, da würde ich, also ich höre immer noch, hätte gedacht, bei 3 hört man es nicht mehr. Dann nehme ich noch mal einen zurück. Ah, und, ähm, natürlich bleibe ich bei 2. Nein, nicht laufen, oder wo vor nicht weiter. Aber nehme noch mal einen zurück, vielleicht bleibst du dann bei 2. Dann gehst du, dann ist sowieso ja immer mal das Maximum. Ja, okay, habe ich gemacht. Und dann schlägt der aus, ähm, noch 1,8, 1,8, je nachdem ich sehe, ja, ich habe schon 3 gesehen. Also könnte ich noch 1 zurück gehen? Okay. Ja, das habe ich schon aufgemacht. Als Zeug 1,2, 3, 4 ist einmal erreicht. Die AAC kommt so bei 1,5. Ja, dann lass es einmal durch die AAC, Gras, wenn ein Grasnarbenkurs oval ist, dann ist das vielleicht gut. Ja, ich ging ja immer wieder nachts um die Frage, wie hört der Arno mich, in Südfrankreich. Deshalb kam es dazu. Und das sind hier anstatt 100 Hz, 150 Hz, die ich hier das Profil habe. Und ich habe anstatt 5 dB, 10 dB Kompression. Ja, ja, also würde ich jetzt als maximalen Frequenzbohrer mal abschneiden. Ja, das mache ich auch jetzt. Ja, alles klar? Alles klar? Ja, ja. Oh, jetzt haben wir es dann auch hier. Das muss man sein, aber ich denke, dass die Bomben nicht sehr, sehr lustig werden. Das ist das, was ich eigentlich wollte, sondern meinen ganzen Kleinkram und jetzt habe ich drei Tische für Dortmund bestellt und habe in Hannover eigentlich schon alles verkauft. Ich habe heute mit einem eisernen Besen gefägt und habe die Kisten schon wieder gefüllt. Hallo Falko. Guten Abend Günther und guten Abend Eberhard. Ja, Dienstag habe ich hier umsonst gehört und gerufen, da war keiner da und für Freitag hatte ich mich entschuldigt. Ja, ich weiß gar nicht, was Dienstag war da. Äh, warte mal, warte mal, warte mal, Dienstag war, ja, äh, äh, Mensch, Mensch, Mensch. Ja, kann ich jetzt gar nicht sagen, irgendwas war da. Ähm, ich glaube, was familiäres. Ich weiß es nicht mehr, mir ist zu spät eingefallen und hatte telefonisch dabei, da konnte ich keinen Entschuldigungsruf loslassen. Ja? Ja. Ja? Ja. Ja, ja. Ja, ja. Ja, ja. Ja, ja. Ja, ja. Du hattest mir auch mal eine Mail geschickt, dass wenn man sein Telefon irgendwas in Ordnung ist, dass wir das wieder gelegt oder läuft wieder näher wird. So, ja, ja, dumm gelaufen, ne? Ja, ja. Nee, hinterstaten aus. Und im Ausland schon mal gar nicht. Ja, ja.